Hey Leute, hier ist Max und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es Teenager vs. Kind Silvester Edition und ich würde sagen, dann viel Spaß mit dem Video passend zu Silvester und jetzt geht's los. Heute ist ja Silvester. Oh Gott, was soll ich jetzt die nächsten Stunden, 12 Stunden machen? Zurück schlafe ich so lange. Jetzt wird es langsam Zeit zu zocken, die restlichen Stunden. Meine Verpflegung darf natürlich auch nicht fehlen. Eins, zwei, drei, vier für den ganzen Tag. Oh ja. Dann kann der Spaß jetzt endlich beginnen. Jetzt kann der Spaß beginnen. Oh. Hä? Hä? Ist leer. Nächste. Und die nächste. Oh, jetzt erstmal genug gezockt. Das waren bestimmt 10 Games oder so. Jetzt YouTube gucken. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Oh. Das auch, Helene Fischer. Das auch, 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 auch. Hä? Ist auch leer. Warum ist das so schnell leer? Mann. Zum Glück habe ich noch eine. Und noch eine. Zwei. 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 Brauchst du. Zwei. Brauchst du. Die nächsten beiden sind auch schon leer. Hm. Hm. Nichts drin. Was soll ich noch jetzt hier im letzten zwei Stunden machen? Ich kann rausgehen, böllern gehen schon mal. So ein bisschen. Darf man jetzt ja. Ja. Juhu. Heute ist Silvester. Endlich. Mama, Mama. Können wir was spielen? Ja. Was wollen wir denn heute spielen? Hast du ein Spiel? Ja. Hast du schon ein Spiel? Ja. Wir fahren so. Los. 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 Du. Ja. Super. Ich hab auch den. Juhu. Hm. Ich hab den. Ah, sie auch nicht zu bewegt. Keinen Stapel. Und den darf ich auch haben. Und den darf ich auch haben. Oh, mir ist so langweilig. Mama, Mama, wann können wir jetzt bitte irgendwas in die Luft jagen? Und jetzt erstmal schön Knaller kaufen gehen. So, das nehme ich. Und die auch noch. Eigentlich kann ich nur mehr nehmen, aber erstmal zur Kasse damit. Oh, den hab ich fast vergessen, ne? Einmal die komischen Kanonen fliegen mit mir. Und ein paar Schiffe. Und jetzt zur Kasse. Mama, können wir ein paar Knaller kaufen? Natürlich. Wir kaufen was ganz schönes für die Freude. Kann ich das hier haben? Oh, ne. Wie, das hier? Das ist auch nicht wieder ein alterer Spatz. Die auch nicht. Die darfst du gar nicht anzünden sehen. Nein, auch nicht. Ist das hier? Nein. Ich meine, man kann nicht überhaupt irgendwas haben. Ja, wir gehen auf die andere Seite und gucken da, ob die ein paar Knallerbsen haben. Guck mal meinen Spatz, was ich gewonnen habe. Die Knallbonbons. Die sind toll. Nur die? Ja, dann nehmen wir nochmal. Hier sind Knallerbsen. Gucken mal. Knalltoll. Können wir noch Riesenwunderkerzen mitnehmen? Ja, die können wir auch noch mitnehmen. Das ist auch für dich. Das reicht dann auch. Mhm. Jetzt geht's böllern! Mama, kannst du mir ein Böller geben? Das ist so laut. Ja. Ja, ja. Gut, 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 gut. Hast du ein Feuerzeug? Äh, nee. Ich hab was für dich. Was ganz schönes. Guck mal. Sogar ganze Zeitpackungen. Äh? Ist das dein Ernst? Ich bin knapp zwölf. Das sind Knallerbsen. Aber auch ein paar tolle Bienen, guck mal. Und Knatterfritze. Das willst du mir geben? Ja. Kannst du mir die mal was Richtiges hier geben zum Böllern? So China-Böller und sowas? Hm. Hier fasst jetzt, was du willst. Reicht das? Oh ja, das sieht gut aus. Nehme ich ja gleich alles hier mit. Ich bin draußen. Lass deine Hände halten. Guck mal, mein Spaß. Ich hab was ganz... Oh cool, Knallerbsen. Eine ganz große Packung extra für dich. Ja, cool. Die kannst du jetzt alles schon verballern. Danke. Juhu, es geht endlich los. Endlich. Wir wollen jetzt mal hier anstoßen. Wer möchte einen leckeren, tollen Kindersekt? Ich? Nein. Muss ich das auch trinken? Ja. Echt jetzt? Ja, du bist doch... Kindersekt? Ja. Ich bin doch kein Kind. Ne. Das jetzt für mich? Lass Nummer 2 für Max. Natürlich. Danke. Hast du denn auch Hunger? Ja, wir haben einen ganz dollen Hunger. Ganz, ganz doll. Das freut mich. Dann können wir auch Fleisch essen. Ich hab ja auch einen vollen Salat von Oma von gestern. Dann haben wir noch ein paar Würstchen hier, wenn wir ein Würstchen essen. Ich. Super. Hast Max auch Hunger? Ja, ich hab Hunger. Ich hab ganz doll Hunger. Das ist nicht rot. Das ist gelb. Dürfen wir schon mal anstoßen? Ja, natürlich. Wir können schon mal anstoßen. Warum ist dein Sex auf einmal gelb und nicht mehr rot? Mhm. Hast du damit was gemacht? Ich weiß auch nicht, dass hat sich irgendwie die Farbe verändert. Hey. Vielleicht hat nicht alles losgeworden hier. Ist das schon zwei? Äh. Egal. Ich geh noch mal ein bisschen hoch. Als ob das nur halb sechs wär. Hilfe. Ich glaub ich soll leider mal schlafen. Ich glaub ich freu morgen auf. Schutz. Es ist schon halb zehn. Ich soll mal spazieren und einfach ins Bett hingehen. Ich bin schon so müde. Ja, doch mal los. Mhm. Und ich kann so gut schlafen. Ja, zum Mitteln der Abend. Find ich auch. Mit ordentlich Feuerwerk. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich kann mal kurz nehmen. Guck mal mal Schatz, was ich für dich habe. Ganz tolle. Ja. Ich hab's ja versteckt. Was ist denn an denen die liegen? Ja, ich bin hier den Mülleimer gelaufen. Dann muss gleich was man sorgt. Ja, ich hab's gehört. Scheibenkleister. Hast du gemacht? Ich kann hier mal gegen den Hocker hier gehen. Ich weiß auch nicht. Das hat sich irgendwie die Farbe verändert. Ja, danke. Die schmelzen doch. Alte Schwede. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht richtig schlimm aus. Oder was? Wann ist sowas gleich? Oh! Und das war jetzt Teenager vs. Kind Silvester. Schreibt gerne unten in den Kommentar rein, wie ihr das ganze fandet. Und natürlich nicht allzu ernst. Hier ist alles ein wenig übertrieben. Auf jeden Fall hat es ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. aufzunehmen. Hier sind wir gerade auch dabei, aufzuräumen. Aufzuräumen, genau. Genau. War lustig. Und dann könnt ihr hier bitte den Kanal abonnieren. Mit einer von den Kanall-Apps, ehrlich gesagt, nur drei geschmissen. Ist nicht cool. Krass. Und dann könnt ihr hier den Kanal abonnieren. Hier links und rechts gibt's noch zwei weitere Videos. Ihr könnt ihr gerne anschauen. Und dafür sage ich, bis zum nächsten Mal. Euer Max und ciao. Ciao. Tschüss.